Ja gut, also wir sind jetzt noch nicht so lange hier, aber das, was wir bisher gesehen haben, ist echt interessant und alles in Ordnung. Uns gefällt es sehr gut. Wie gesagt, wir hatten jetzt so die erste Einführungswoche und ja, doch, jetzt auch mit der Einführungsveranstaltung gefällt uns sehr gut. Ich habe ein duales Bachelorstudium gemacht in Richtung BWL, also es ist jetzt was ganz Neues für mich, so Richtung Informatik. Das ist bei mir ähnlich. Ich habe auch davor BWL, Industrie- und Dienstleistungsmanagement studiert und ja, Services Computing mit der Informatik Richtung ist auch was ganz Neues. Ich freue mich ganz besonders darauf, mal etwas völlig Neues zu lernen einfach und ja, einfach in Projekten zusammenzuarbeiten mit dem Team und zu gucken, wie man sich weiterentwickeln kann. Ja, für mich ist es auch die Herausforderung, sich der Herausforderung zu stellen und einfach ja, den Horizont zu erweitern mit diesem neuen Themengebiet. Ich habe mich für das Studium entschieden, einfach weil es mit dem Partnerunternehmen halt, der Studiengang ist, den ich machen wollte und der hier angeboten wird. Ja, für mich war im Prinzip so dieses BWL-Studium die Grundlage des Ganzen. Ich wollte mich jetzt einfach noch ein bisschen weiterentwickeln und ja, ähnlich wie bei ihr auch das Partnerunternehmen, das mit dem Hermann-Holleritz-Zentrum kooperiert. Ja, ja. Vielen Dank.